Hallo und Willkommen zurück zu Snapper Elite 4 Und wir sind immer noch auf unserer Lieblingstower Und warum lag das jetzt so? Ist ja schrecklich So Ist eigentlich immer noch dieser General vorne Tatsächlich Zurück gehen Mann, was ist denn das jetzt hier? Stopp Dankeschön So, warten, warten, warten Alter, die ballern Wieso lag denn das jetzt so? Ist ja schrecklich So, jetzt muss es aber klappen Nein, bitte So Und Nein Gut Da vorne Der hat mich gehört Scheiße, jetzt haben sie mich gesehen Deckung aufgefahren Ja, hab ich gemerkt Scheiße Okay, ich hab Ein bisschen länger nicht mehr gespielt Deswegen Hab ich jetzt Wieder den Fahnen verloren Wo wir letztes Mal waren Schnell weg dort Gott Gerade noch ein Kommen Was müssen wir denn hier machen? Äh Eigen Dir die Upper Die Passion An Stimmt, wir wollten ja hier lang gehen Jaja Dann nehmen wir doch alles mit Hier vorne haben wir zwei Gegner Hier vorne haben wir zwei Gegner Gut Gut Da vorne ist der andere So Haben wir die schon mal ausgeschaltet Müssen da rüber Tja Sprinten dort rüber Schnell 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 Jawohl Gut Ich bin drin Kann ich denn das hier ausschalten Muss ich noch eine Etage Wahrscheinlich höher Hier waren ein paar Infozette Oh 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 Naja renn mal weg Geh mal weg Alter Du nimmst Und du auch So Sektor clear affirmative Ah hier können wir rauf So Da sind wir auf Alter Ich war nicht da Alles gut Die Jungs sind welche Ich muss den Sprengstoff ansetzen Bam Und zack Und schnell weg Gut Da haben wir einmal Die Atrialie ausgeschaltet Es gibt zwar noch vier davon Aber ich glaube Alle werden wir nicht schaffen Was haben wir denn da Verschlüsselung Und Entschlüsselung Ganz schön aufwendig Ach da muss ich Das steht ja auch nie Entschlüsselung Alter wie hier alles Am explodieren ist Psyp Psyp Gut Dann haben wir das jetzt auch geklärt Alter wer sieht mich denn Ach der Panzer Wir können auch hier durch Dann gehen wir lieber hier lang Klappe halten Ich muss hier weg Hä Wo steht der Eingang Nach oben 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 Ich hatte schon Angst gehabt Aber nein Hier können wir weiter Oh der eine ist Jetzt können wir weiter So Wo bringt es uns Als nächstes hin Da vorne Kann ich ihn jetzt schon abschießen Bin ich immer mal Es hat tatsächlich geklappt Gut Safe Gesichert Okay Ganz vorsichtig Hier sind mehrere Feinde Mehrere Nazis Müssen aufpassen Impfgleichrichter Führen die elektrische Spannung Sollten leicht abzuschießen Sein Kann ich ihn von hier aus Schon abschießen Warte ich pfeife mal Und da Pfeifen Wie gut Tut Guck mal her So Einen beseitigt Hey son Nichts passiert Alles gut Jungs Da guck mal Oh ja Ich hab jemand mitgenommen Wie geil Fuck Hier kommen immer mehr Zerstörer Die Quecksilber Dampf Gleichrichter What the fuck Ist das für ein Wort Alter Und den kann ich auch Mit der Pistole abschießen Ich hab eindeutig getroffen Ja Jetzt So Und jetzt einmal runter Und wie mach ich das hier kaputt Ah guck mal Hier Bin ich richtig Das ging auch schnell Alle Quecksilber Dampf Gleichrichter Sind kaputt Was für ein Wort Junge Deutsche Sprache Schwere Sprachen Ja wie komm ich jetzt hier durch Durch diesen Korridor Warte Wo Nein Ah ich seh ihn Da vorne ist er Geräusche wurde leider gehört Das tut mir jetzt leid Scheiße Karl Geh in Deckung Wir müssen eigentlich nur nach links Also können wir die auch überspringen Zwei Feinde Befechtsköpfe Das ist es also Was die Nazis Im Schilde führen Kessler muss das Steuerungssystem installieren Bevor sie nach Alaga Gebracht werden Aber wie viele sind Bereits verschifft worden Das kann ich dir nicht sagen Das kann ich dir nicht sagen Ich bin kein Nazi Gut Das haben wir schon mal hier geklärt Ich brauche die Nazi Informationen Schön hier sichern Und los 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 Kesslers Forschungsnotiz erhalten Jawollo Dann können wir uns jetzt aufmachen Und Kessler finden Den besoffenen Glatzkopf Ach Alter Wie soll ich denn hier durchkommen Hilfe So Hier lang laufen Komm ich hier durch Nee Doch hier oben ist keiner Oh doch Hier ist einer Ganz ruhig Weiter 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 Wenn ihr nicht guckt Dann immer rennen Wir müssen dort vorne Ist einmal hier außenrum lang Und dann passt er schon Komm ich muss zu Kessler Den besoffenen Glatzkopf Ihn noch betrunkener machen Oder wir machen ihn nüchtern Gott wir sind draußen Aber immer noch nicht in Sicherheit Shit 52 Meter Zwei stehen mir gerade im Weg Okay er ist runter gefallen Das war weird Kommt der jetzt wieder hoch Ja der kommt tatsächlich hoch Genau in meiner Falle Oh du Idiot Meine Güte Ach da vorne sind auch noch welche Ich kann aber noch nicht dahin sprinten Das ist halt auch das Ding Man ich hab keine Schaltdämpfer Munition Fuck Okay ich muss jetzt versuchen zu tricksen Bisher haben sie mich noch nicht gesehen Okay ich hab ne Idee Wenn das Ding wieder schießt Schießen wir Was? Was war das denn? Scharfschütze Fuck Okay wir müssen hier weg Fuck Ja Junge Was soll ich denn da machen Wenn er auf einmal hinter mir Ein Scharfschütze ist Eieiei Da vorne noch einen Scharfschütze Okay runter 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 Warten wir warten wir warten Und Habe ich dich Bin wir da vorne Ich kann ihn nicht sehen Okay wenn wieder Das Geräusch ist Dann kann ich schießen Warten Na Kommt das Geräusch Komm schon Ich brauch dich jetzt Ja jetzt Gott Perfekt Ich muss mich hier an den Berg so rankleben Damit er mich nicht sieht Ja Perfekt Ich glaub hier Sieht er mich dann nicht mehr Oder doch Los 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 Der Weg ist frei Ah Wo muss ich hier rein Scheiße Hier rein wahrscheinlich Andreas Kessler Wer zum Teufel sind sie Sie kommen mit mir Was ist los Bin ich abtrünig geworden Die OSS hält sie für ziemlich wertvoll Ich hoffe die haben recht Und wo bring ich dich jetzt hier raus Beweg deinen fetten Arsch Alter Na los Hä Muss ich noch irgendwas machen Sag jetzt nicht ich muss noch irgendwas machen Nö Come on Musst mir etwa nochmal die Radarschüsse machen Oh Aber vor mir stehen jetzt noch 50 Soldaten Ja tatsächlich Ich muss noch die Radarschüsse machen Scheiße Das ist wieder ein Kampf jetzt Das war seine letzte Position Fresse Ja Junge Kommt er mit seiner Bazooka Wer hat dieser scheiß Scharfschütze weg Warten 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 Hey ich war doch Geh weg Junge Karl Wir sind schon Aufmerksam genug Es sind schon tausend Deutsche vor mir Na toll Dann bin ich geschossen Bruder Warum übersteuert das so Hier hinten kann ich mich eigentlich gut schützen So ist es nicht Das ist ein toller Sweet Spot Das muss ich zugeben Hau ab Und du auch Da unten schießt noch einer Da Ich seh ihn Wo ist der Typ mit seiner Bazooka Junge Die muss ich auch noch ausschalten Da läuft einer Ist ja das mit der Bazooka Hab ich Oh mein Gott Hä ich bin noch hinten Bruder ich dachte schon Junge Sack Das ist die beste Position Gut der Typ mit der Bazooka Ist auch tot Wer schießt mich hier noch Die ganze Zeit an Niemand oder Da kommt noch einer Da kommt noch einer Jetzt wird es nochmal stressig hier Irgendjemand ballert mich die ganze Seite an Da der Scharfschütze Jetzt hab ich ihn zumindest So Haben wir auch schon mal den Scharfschützen Kommen da noch welche Wer ballert mich denn noch an Da Da vorne Ich seh ihn Ganz ruhig Luke Kein stress Kein stress Okay der ist noch nicht mehr Ja hab nur noch fünf Kugeln Was ist das jetzt Ich muss jetzt rüber zu Kessler Andreas Kessler Wer zum Teufel sind sie Sie kommen mit mir Was ist los Bin ich abtrünig geworden Die OSS hält sie für ziemlich wertvoll Der Kugel Ich hoffe die haben recht Und da kommen noch mehr Meine Munition ist fast alle Oder was soll ich denn machen So den Ja wahlloses rumballern bringt euch auch nichts Ich hab ihn doch abgeschossen Gut Das muss aber ein bisschen ruhig sein Das hier wird sehr netzlich sein Ich hab jetzt die halbe Bandi hier ausgelöscht Komm ich will die Panzerfaust Ja ich hab ne Panzerfaust Wie nice ist das denn Oh hier kommt noch ne Verstärkung Das macht Spaß Jawohl Dreifach Kill Oh nein Nicht die Atralie Geh weg Scheiße ich muss hier weg Keine Panzerfaust Die wird auch noch knapp Oder die ist schon alle Wieso gibt mir keiner ne Deckung Kurz hier bleiben Stirb Stirb Dankeschön Kurz hier weg Fuck Ich hab keine Snipermonie mehr Ich hab ihn verloren Ich hab ihn verloren Ich muss kurz hier rein Gibt's hier Munition Man verbannt Das ist doch wohl alles verwendbare angesagt Nee da gab's keine Munition Nichts besonderes Tschüss Jawohl Ich bin so unter Stress Ich weiß auch nicht Haben mich grad 50 Leute verfolgen Das ist scheiße Schätze ich hab alles eingesammelt Dann gib mir doch Snipermonie Das ist auch gut So sie suchen jetzt nach mir Ich muss halt diese Radarschüsse die ganze Zeit Ausschalten Ich komm nicht dran Sprinte 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 Ich bin nicht da So und hier rauf Alles läuft nach Plan Leute Alles läuft nach Plan Wieder ein Scharfschluss Wo denn Was ist dort hinten Stirb doch Junge Das macht man auch echt langsam richtig aggressiv Lauf Karl Ich muss näher ran Ich bin grad noch gefilzt Wer sieht mich denn Der Ach halt doch die Klappe Junge Das ist das Lächerlichste Was ich jemals gesehen hab Irgendein Spinner Sieht mich noch Tötchen Dann haben sie mich auf einmal gemerkt Es wird nicht einfach darauf zu kommen Okay das Teil können wir mal für Ablenkung kaputt machen Jawoll Hat sehr viel geholfen Jetzt rauf hier auf den Berg So das müsste aber auch das letzte sein Danach Müssten wir alles haben Jawoll Fuck ich muss hier runter Höse Entdeckung Au Hat das mich verletzt Hab ich alles Ja jetzt muss ich nur noch hier zur Kessler Schaffe Kessler weg Ich brauch kurz einen Medibag Warte mal Ich hab keinen Medibag Ich brauch die Bandagen Und weg hier Warte mal eins will ich noch machen So dass Geschütze noch ausschalten Wenn das geht Wenn das geht Noch ein Panzerfahrzeug Da kommen noch Soldaten raus Was ist denn hier für eine Was ist denn hier für eine Hau ab Dieser Bastard Junge Woher soll ich denn da wissen Dass da irgendwelche Spinner rauskommen Okay nicht den Weg lang gehen Auf einmal bringen sie Verstärkung So Aus dem nichts Das mach ich kaputt vielleicht Der Panzerfahrzeug ist nur weg Ich muss halt komplett außen rum gehen Sonst wird das nichts Es fährt da noch Ein Panzer rum Was denn noch Ich hab freie Bahn Lauf 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 Ja es klappt tatsächlich Gut Raus jetzt hier Komm jetzt mit Zeit aufzustehen Ganz ruhig Professor Sie Sie sind doch noch total Grün hinter den Ohren Was wollen Sie schon gegen mich ausrichten Ich war Krankenschwester Wussten Sie das Bevor all dies losging Das bedeutet Ich weiß genau Wo ich Ihnen wehtun kann Ist das angekommen Kleiner Alles Nazi-Schwein Die Nelly Ist ein verrückter Massenmörder Wir brauchen Sie Alle beide Sie vielleicht Wir nicht Wir sind besser als das Wissen Sie was Ich werde Ihnen etwas sagen Meine Liebe Über Ihren geliebten Vater Meinen Vater Was wissen Sie Sagen Sie es mir schon Die anderen sollen gehen Gut Aber Giancarlo bleibt Kann man Sie alleine lassen Deswegen habe ich das Messer verlangt Finden wir raus was er erzählt hat Sophia Das ist ein bisschen